Klingkling Oh, sind 30, ist aber nicht gut Darum gibt's auch den Job da unten Wie der, jetzt guckt der Zombie Oh, wieder 100 Schaden Moment mal, kurz 100 Gesundheit, okay Achso, jetzt bin ich Angela, okay Born the born, ne? Sehr gut, okay, jetzt bin ich wieder Kevin Gibt's auch auf der linken Seite an der Tür Hier gibt's noch was zu sehen Ah, warte mal, da ist ein Zettel Buch des Blutes Buch des Todes Buch der Flüche Und nochmal Buch des Todes Moment mal, das schreibe ich mir mal ganz schnell auf Blut Wie machst du nochmal? Tod Fluch Und dann nochmal Tod, ne? Was für ein Geheimcode, cool Das muss man sich echt merken Gut, okay Das ist ein Boss, nie Oh, kommst du nicht rein Etwas versperr den Weg Du darfst nicht passieren Okay, dann gehen wir jetzt mal zur rechten Seite Äh, ich Willst du für die Nacht bleiben? Ja Das ist ein gutes Angebot Ja Sind zwar Monster überlagert, aber auch egal Oh, scheiße Im Schlaf überrascht Siehst du, sagst du, im Schlaf überrascht Von Clowns Schibigan Ballon Lass mich zu klein Oh, hat er so eine Lache gemacht, ist ja eklig gewesen Ja, toll Jetzt weiß ich nicht, ob die nochmal kommen Ich genehmige erstmal in die Süßigkeit Ja Sollen wir jetzt nochmal ausprobieren? Nö Ne, okay Es wird gruselig Geht nie Okay, also hier gibt es erstmal nicht Drüben ist versiegelt Und dann müssen wir erstmal das Rätsel lösen Ja Aber vorher ist man nicht zur Misszüge Ja Schon wieder Wie ich mal ausgewichen bin Das hast du sehr gut gemacht Oh, ey Aber Angela ist gerade so Ist sie hier? Mach einfach mal seinen Bauch auf Und dann kommen sie mit rein raus Ich hab's gerade gesehen Sie sind bestimmt die Sie sind bestimmt die Skelett oder sowas ist das dann Oh, ne, wo die Tür Die Bibo Oder hier irgendwo Ach, ne, da oben die Angela Boah, mache ich an den Drachenengeln Schaden, ey 66 Hier waren wir doch schon Ist ne hier die Bibo Ach ja Das muss doch das Rätsel lösen Das Rätsel Erstmal Ah, ne, warte mal Hier oben Irgendwo war halt mal die Bibo Genau Bibliothek Und die Angela ist gleich tot So, bitte schön So Du hast aber auch noch 160 Ist auch nicht cool So, hier Kriegst du mal einen Dank Ein Bonbon Jo, danke Oh So 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 Noch mehr zum Bäm Okay, jetzt gehen wir Das war ja geil Oh Wo haben wir uns Ein Heilkräuter Heilkräuter Genau, ich glaub das war hier, ne Hier die Bibo Ja, die war hier Genau Also wie war das erstmal Blut Äh, wo war denn jetzt Blut War das hier Blut? Ja, hier ist Blut Okay So, dann tot Äh, ich glaub das war hier Ne, da, genau So, dann Flut, das war in der Mitte Und dann nochmal Und dann nochmal tot Das ist hier an der Seite So, und nun? Oh, geht einfach mal so Okay, geht einfach mal was auf Sopi Und das ist Hier die Kapitänskarjüde ist hier Hier ist jetzt Nicht Doch hier Gar Das Logbuch des Kapitäns Achso, das ist ja Ist ja Sehr geil Stirb, 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 stirb Und Sehen's aus Stirb, 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 stirb Äh, was? Wieso das denn? Wie jetzt? Oh, hier ein Geist Guten Abend Boah, unheimlich Ich krieg Gäste aus, ey Hallo Wirst du machen? Ja Hallo, ich bin Mataro Experte auf dem Gebiet Der Parano Was? Paranormalen Aktivitäten Also Geisterarscheinungen Könnt ihr es glauben? Ich bin nun auch ein Geist Und lebe auf diesem Geisterschiff Darauf habe ich Ein Leben lang gewartet Wartet, bis ich meinen Freunden davon erzählt habe Okay Klingt so ein bisschen komisch, aber egal Ja Oh, du musst das probieren Ich muss nun dringend gehen Hier Ich übergebe es an dich Okay, probieren Nö Was? Hä? Was probieren? Und wenn du sie Ist das Ist das Gefühlt tot zu sein? Ist das so das Gefühl? Ja Hm Es scheint Dass er bei den Fluch Auf dich übertragen hätte Ach so scheiße Um das Schiff zu verlassen Muss jemand anderes deinen Platz einnehmen Will jemand? Ähm Hm Nee Keine Mist Nee, warte doch Äh, geht nicht Äh, du hast doch wohl nicht daran gedacht Äh, einen Freund zu opfern, oder? Äh, naja Äh, naja Äh, du darfst schon so Die Quelle des Fluches befindet sich irgendwo auf dem Schiff Lasst sie uns schnell finden Wenn ihr müde seid Äh, schaut vorbei Und tauscht mit mir den Platz, ja? Ähm, nee Oh shit, jetzt sind wir wirklich nur noch zu zweit, ey Ja, weil du ja tot ist Ist ja, ist ja hier tot und so, ne? Ah Okay Oh Gott, jetzt sind wir nur noch zu zweit Und jetzt können wir wahrscheinlich da, wo die Blockade war, hin Habe ich so ein Gefühl Ja Ja, okay, aber jetzt ist es auch ein bisschen leichter, wo, äh, wo wer halt ist im Kampf Ja Können wir so über den Schaden machen? Oder ich kann halt über das Fluch unterbrechen irgendwo Oh, 109 Ja Oh, eine Mink-Attacke raushalten mit 12 Ich mach mir den Schaden, das ist halt klar, das mag ich ja, ne? Oh, stirb Oh, 28, schalte ich mal Hoppala, danke Ich nehm jetzt hier, ich nehm den Partner als Heiler jetzt rein Ja Und ich beseitige die Monster, das ist ne gute Strategie Oh, der wird reizen, Zombie Oh, nee Oh, nee Sehr gut Und wieder ne Falle Nee, ein okay Ist mir okay Oh, okay Alles klar, okay Entschuldigung Voll gut Kommt das auch mal vor Bam, 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 in your face Oh, wie schnellst du, oh, wie schnellst du zuhaust Fuck Hat er mal seinen Geripp rausgeholt Einfach mal so Das sieht immer so lecker aus Hallo Clown Bam, den Clown mal in der Hand reingedrückt Oh, 116, ernsthaft? Was? Das war die Super-Anteil Okay, 54, 56 Oh, jetzt kommen wir auch, warte Jetzt kommen wir auch eingehen Siehste, jetzt kommt der Boss Oh, nee, ich dachte schon Oh, nee, bitte kein Boss jetzt Ey, zu zweit, Boss Jetzt Oh, hallo Was? Oh, man sieht Etwas schaut herein Hm Oh, das ist wirklich unheimlich Zu neblig Man sieht echt nichts Ey, man sieht echt nichts Doch Oh, dann kommt der Reist Schau Etwas schaut herein Achso, das war jetzt Die Skelett Auf und toll Mit Dracheengel Ach, nö Und die Düken Ach, nö Das sehe ich nicht so Danke Kollege Hä? Na, vor sich halber An dem Stich Ja, an dem Tor Ja, wollte ich gerade sagen Das haben wir gerade so gesehen Als Augenwinkel So Oh, Chipico Hier sind überall Türen Eine, zwei Hier gehst du hoch Erstmal in die zwei Türen reingehen Mal gucken, was hier drin ist Noch mehr Monster Ja, aber Macht nichts Spekta Spekta Heißt der Clown Okay Auf alle drei Nur auch Kahn Münze Nee, das sieht geil aus Tum Oh 90 schon Wer ist denn ein Zombie? Dunkle Angst Oh Was hat sie jetzt gemacht? Gar nichts Nö, die ist vorbeigegangen Einfach der Zauber War, war ein Mist War einfach ein Mist Willkommen 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 Ja Ja Oh Nee Die haben wir ja schon Bleistab Nee Die haben wir ja schon Noch etwas Auf Wiedersehen Ich dachte, das wären jetzt wieder neue Waffen gewesen Und das 100 Dude Das sind 15 Nochmal alle Kahn Nochmal hier Orkan geht los Sturmünzen So So Und sofort Zombie töten 39 70 Wart Was Wart 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 Naga Drei Schatten Drei Schatten Stecken mache ich jetzt schon Sieg Und Willkommen Und der verkauft Früstungen Betten wir Willkommen Jo So Kann man das hier nochmal gucken Macht eigentlich Sinn Das macht überhaupt gar keinen Sinn Auch wiedersehen Ich muss Vielleicht für jemanden, der es vergessen hat oder sowas einzukaufen Was ich mir aber nicht vorstellen kann Aber okay Und Wir haben jetzt nur noch ein Bonbon Holen wir uns noch welcher aus dem Rucksack Neu Ja So Holen wir uns noch welche aus dem Rucksack Hüi Hüi Öhm Da Ja Ja Da waren die Kahn Ja Wir haben noch neune So Gut Sehr gut So alles fertig Bumm Boom Okay Jetzt können wir noch rum Dudu Hallo Specter Specter oder man sieht echt nix ja draußen ist voll nebel ich war das ist unheimlich hier willkommen auf dem schiff der wandelten ziel das hört sich nicht gut da du bricht den fluch es gibt nur einen ausgang das ging ein geist anti magie das kann ich nicht mal zaubern oh vorbei zum glück vorbei sonst hätt ich mal zaubern können ja du kollege ich glück immer nur gelungen regen du kannst zaubern ne jetzt ging es vorbei der zauberung das ist ja nicht mehr da dann schlägt's fehl doch der neun und wenn das spiel neun zu machen mach's nochmal und komm mal wieder jetzt kommt er nochmal wieder 4 93 verdammt was noch einmal in 99 ja ok jubels regen dann machst du eben nur die Basis neun ist ja auch gut 295355 oh wir haben wieder super alteilte gemacht mach's den schaden eh hier wow gah du machst aber auch schön schad komm runter runter und wenn du denn hier runter kommst komm ich auch ne kann ich nicht Geisterstraße so hat er nur unerheblich schaden gemacht überhaupt nicht übertrieben und mit todt auch wie toll aber geil geile sache der post gefällt mir genau kommt wieder runter spielverderber hat man kurz schnippt kennen wir ja irgendwie von panik meister bis du kannst du auch im ersten teil höhenaura oh dort nicht auf mich oh das könnte weh tun 53? 53 geht's aber trotzdem nie ganz schlecht du könntest dich auch mal wieder heilen oder ich halt dich mal so schwarzer regen geile pose jetzt hab ich dich wirklich mal direkt mal eine schokolade ok entschuldigung jetzt bin ich wieder da ja ich hab dir mal direkt mal eine schokolade gegeben 160 150 in oh wat wow mach ich jetzt schaden eigentlich mehr windattribut auf die waffe ich probier es einfach mal ja danke mal gucken was ich mach oh das machst du gleich mal mehr schaden vorhin hast du nur Pornfleisch gemacht das machst du 5 guck ab den schaden der bringt zu übel ich hab mich 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 zu übel anti ich kann mich nicht mehr zaubern ich hab mich zu übel okay das geht kalt 115 gut ich hab mich zu übel Okay